neue idee bei die hallo sind sie denn so frech zu mir 35 zufriedenheit sie ist am hakeln bist du große kunzei oder wir könnten den ganzen bahn oder fucking scheinwerfer rechts schrauben ja was ist denn das kettensägen dinge ohne kippen keine ahnung ich weiß nicht was das ist so little cosworth die haben wir ja aufgemotzt ein bisschen längeren lauf apropos ich hab da ein paar klamotten am stadt na so dann reißen wir mal so in der tafel lüftel cola dacke das ist echt nett wir werden mal schauen was da ist ich höre ein zeug das gar nicht da seid ja du bist ein bisschen retarded vier nein das ist nicht das was ich will okay das ist wild heiland sack ist der eigentlich komplett verblüdet das andere lütert vollgas mit dem dinge eine mit dem rpg genau wenn ich mit dem wett sei es jetzt Ich habe einen Raketenwerfer, Hilfsmittel, nein, Waffen, Drop, Drop, so geil leider. Die Parts immer, die Parts immer, die können weg, die können weg, die können weg, Sie rein, bandeальные Parken und die Einschränkungen sind. Was macht jetzt mehr Damage an die zwei? Oh der Bike, schaut, dass wir mit dem nicht fahren können. Und der andere Seite festgekettet. Du bist sowas von tot! Was ist denn diese Schöter heißen? Da ist gut. Wack das. Was ist denn das für die Ziele, du Anfänger? Was ist denn das für die Ziele? Was ist denn das für die Ziele? Was? Scheiße, was war das? Was ist denn das für die Ziele? Was ist denn das für die Ziele? Was ist denn das für die Ziele? Oh, jetzt geht's her. Hey, hey, lass das. Was ist denn das für die Ziele? Was ist denn das für das für die Ziele? den Spruch habe ich schon mal gehört F*** die Henne die Autos sind so witzig die Technische die Technische eineurança die Technische die Technische die Technische Halt die Augen auf mich, glaube ich, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Oh, shit. Jetzt bin ich strong und sexy. Sexy, strong and charismatisch. Jetzt habe ich vorhin eine richtige Legend eine, die wir behaupten. Da war doch nur gerade jemand. Was willst du? Jetzt schleicht die und zwar sofort. Ich hab dich verpisst. Was? Wenn ich dich erwische, bist du tot. Stange kippen. Der ist ja geil aus. Jetzt zieht er doch mal nachher. Kleider. Also. Der ist schlecht. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Nein. 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 Die hat jetzt auch mit mir gehört. Ja. Das wird ein letzter Tag kommen. Das wird ein letzter Tag kommen. Sick and sexy. Warte, wie drückt die mich? Jetzt haben wir den Schreistchen wieder. Achso. Nein. Warte. Ich weiß woanders. Das liegt... Wo ist der Wacktatt? Au, au, au Jupp, ganz toll Ganz, ganz toll Oh, ich mach's dann Pause fürs erste Das ist nicht so... Soviel dazu f*** ich, Mann Den scheiß Rackets mehr für... Gut, das war's jetzt mit der Runden Weil das ist echt deprimierend Dass schon wieder soweit ist Also habe ich Ehre fürs erste